Hey, ich bin der Dennis und ich mag mein Übe-Setup gerne möglichst einfach und deshalb ist bei mir auch alles immer an. Ich muss einfach das Kabel reinstecken, wenn es nicht schon drin steckt und ich kann losspielen. Noch einfacher ist es aber, wenn ich überhaupt gar kein Kabel brauche, sondern wenn ich einen Akustik-Bass habe. Warum sollen die Leute mit der Akustik-Gitarre es immer so leicht haben und wir nicht? Und deshalb nehme ich heute ein besonderes Stück für euch unter die Lupe, den Ortega D8CE4 Akustik-Bass. Ach übrigens, es gibt hier auf dem Kanal jede Menge Bass-Tutorials, ich weiß nicht wie viele, hunderte Videos gibt es schon dazu. Seit neuestem gibt es auch immer wieder Reviews, also wenn dich das interessiert, dann abonniere einfach und klick die Glocke. Das ist der Ortega, ich muss immer wieder nachgucken, D8CE4, ein akustischer Bass mit Verstärkung. Das heißt, der hat einen Tonabnehmer drin und einen Vorverstärker, man kann also auch ein Kabel anschließen und den über einen Verstärker laufen lassen. Und auch aufnehmen, was natürlich auch praktisch ist. Der Boden und die Zarge von dem Bass sind aus Mahagoni und das ganze Stück ist mit einer Fichtendecke versehen. Ebenfalls hat er einen eingeleimten Mahagoni-Hals und sowohl das Griffbrett als auch der Steg sind aus Walnuss. Der Bass hat 22 Bünde und hier ein schönes Cut-Away, sodass man auch an den höchsten Bund eigentlich ganz gut rankommt. Auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt dauernd will, aber man kann's. Außerdem ist hier ein Drei-Band-Equalizer eingebaut, mit dem man Bass mitten und höhen einstellen kann. Natürlich nicht die Bässe mitten und höhen, die vorne aus dem Schallloch rauskommen, sondern die im Endeffekt hier rauskommen, wenn man das Ding per Klinkenkabel an Verstärker oder an Computer, ans Interface und so weiter ansteckt. Das Batteriefach ist leicht aufzumachen und hier findet man eine easy peasy 9-Volt-Batterie. Klick, Plug and Play, macht man einfach rein und dann kann's losgehen. Natürlich braucht man die 9-Volt-Batterie nicht, um akustisch zu spielen. Ich erwähne es immer wieder, aber das dürfte eigentlich klar sein. Ich muss sagen, ich hab noch nicht so viele Akustikbässe gespielt. Eine Sache ist natürlich klar, man kann ihn einfach nehmen und spielen. Eine andere Sache ist allerdings ein kleiner Nachteil. Der Akustikbass ist nie so laut wie eine Akustikgitarre. Dazu vielleicht eine Story. Ich hab mal mit einer Band eine Kneipentour gemacht. Das heißt, wir sind in Kneipen gegangen, haben da gespielt. Und einer hatte eine E-Gitarre mit so einem kleinen Verstärker, den er sich an den Gürtel geklemmt hatte. Einer hatte eine Akustikgitarre, dann hatten wir ein Didgeridoo und gesungen wurde und Percussion. Und ich hatte einen Akustikbass und ich musste so reindreschen in dieses Instrument. Okay, aber das ist auch nur, wenn ihr mit anderen MusikerInnen spielt, in einer lauten Umgebung. Naja, gut, dafür ist das Ding nicht gemacht. Aber für euch alleine zu Hause, um es einfacher zu haben, einfach mal ein bisschen Bass zu spielen. Oder wenn ihr auch den Klang mögt vom Akustikbass. Oder auch, wenn ihr das Ding mit rausnehmen wollt, euch ans Lagerfeuer setzen, was auch immer. Dafür ist ein Akustikbass natürlich super geeignet. Und der hier ist halt zusätzlich auch noch geeignet, wenn ihr den zu Hause an Verstärker anschließen wollt. Also, auch wenn ihr den Sound mögt, ne? Klar. Wenn du vielleicht meinst, dass ein Akustikbass irgendwie wärmer und holziger klingt als ein E-Bass, muss ich dich enttäuschen. Und dadurch, dass hier ja auch alles aus Metall ist, was Töne macht, ne? Die Saiten und die Bünde, klingt ja tendenziell eher ein bisschen metallisch. Aber muss ja nichts Schlimmes sein, ne? Das kann man ja auch einfach so wollen und dann ist das ja auch super. Aber einen Kontrabass kriegst du damit nicht simuliert oder sowas. Das hat aber nichts mit Ortega zu tun, das ist einfach bei Akustikbassen so. Da habe ich aber noch ein anderes Review für dich. Erzähle ich noch nichts drüber, abonniere den Kanal, dann siehst du es. Hey, dieser Bass ist in einer eher günstigeren Preisklasse unterwegs, ist aber ein total solides Instrument, wunderbar verarbeitet. Also es gibt keine Mängel oder Fehler zu entdecken. Der Sound ist, wie ich den auch bisher von Akustikbassen kenne. Und ich denke, für alle, die das mal ausprobieren wollen, die sich für einen Akustikbass interessieren, ist das eine gute erste Wahl. Vor allem auch, weil der noch nicht in so einem mega hohen Preissegment unterwegs ist. Also wenn ihr Bock habt, checkt den mal aus. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link. Das ist übrigens ein Affiliate-Link. Wenn ihr darüber was kauft, muss auch nicht der Bass sein, kann auch irgendwas anderes sein, dann kriege ich eine kleine Provision davon. Freut mich natürlich. Und lasst mich mal wissen in den Kommentaren, habt ihr schon mal Akustik besser ausprobiert? Ist das so eine Sache, die viele benutzen? Alles klar, bis dann. Hau rein.